Beides, ja. Jetzt muss ich weggehen. Beides. Ich brauche einen Kopf frei. Wenn ich predige, ich möchte, um mich um nichts kennenlernen. Ja, ja. Aber ich habe es dreimal neigekriegt, durch welche an der Opferansage. Also es ist eine Paulsart. Ah, ein Tisch, ein Tisch! Das ist die Füße. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Wenn Gott uns gesagt hat, dass wir unser Haus umbauen sollen, dann habe ich das angefangen, in Glauben zu machen. Wir haben uns ein Verzweifelt, dass Menschen aus Angst haben, die Ende des Ende des Menschen zu haben. Aber für uns ist es, Gott hat uns ein Verzweifelt, dass Gott die Wahrheit ist. Gott kreift, dass wir uns ein Verzweifelt haben, dass unsere Ziel uns ist. Untertitelung des ZDF, 2020 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 In der Bibel steht, Jesus ist Anfang und Ende, ist Alpha und Omega. Unglaublich, oder? Und wunderschön, ihr habt es so toll gemacht. Echt herzlichen Glückwunsch. Das ist Segen, oder? Ja, aber Segen heißt auch geben. Und wir haben an ihnen gesehen, was es heißt zu geben. Sie haben sich ganz gegeben. Wenn wir jetzt den ganzen Film geschaut hätten, dann hätten wir Tag und Nacht schauen können. Viele, viele Tage. Aber so ist unser Gott, er gibt uns Kraft zum Geben. Für unsere körperlichen Kräfte. Er hat sich nämlich auch selbst gegeben, um zu segnen. Und er möchte, dass wir das Gleiche tun. Wir sollen uns geben für das Reich Gottes. Und eben, wie wir gesehen haben, das eine ist in Kraft und das andere ist in Mitteln, was wir haben. Wenn wir Essen haben, dass wir teilen. Wenn wir Kraft haben, dass wir dem Nachbarn was abgeben. Aber das ist immer deine Entscheidung. Wie viel Kraft du geben willst. Und so, lasst uns jetzt zusammenlegen und einfach Segen erwarten, was er für uns hat. Und ich bete noch. Jesus, ich danke dir, Herr, für die Gaben, die du uns gibst. Dass du uns Kraft gibst zum Geben. Dass du uns Geld gibst zum Geben. Und ich danke dir einfach und segne diese Kraft, die wir in Zukunft einsetzen. Und die wir heute einsetzen, Jesus. Dass ein Vielfaches daraus entsteht. Wir wollen Multiplikation, Jesus. In deinem Namen. Amen. Amen. Gott ist gut. Marin, ich bin echt stolz auf dich. Du bist echt unser Cabrio-Pastor. Marin, ich bin echt stolz auf dich. Du bist unser Pastor, Gabriel. Ich meine, das musst du echt mal geben. Ihr habt die Bilder gesehen von dem offenen Dach. Er hat einfach das Dach weggerissen. Und er hat gesagt, ich glaube, dass Gott die Ressourcen schenkt. Und das nächste ist, während sie gebaut haben und Geld für ihren eigenen Bau gebraucht haben. Und sie haben ein paar Mal ihre Baustelle stehen gelassen und anderen Gemeinden geholfen, auch mit Finanzen und mit Arbeitern. Und das ist echt ein gebendes Herz. Und jetzt stehen sie da, der Bau ist fertig. Drei Stockwerke und ein super Gemeindehaus. Und sie haben keine Schulden. Das ist ein Wunder. Weil da hat viel Geld gebraucht. Und die hatten am Anfang nichts, wie sie angefangen haben. Und jetzt haben sie ein готовes Haus, ein fantastisches Haus der Kirche. Und sie haben keine Schulden. Aber sie haben nichts gehabt, als sie angefangen haben. Halleluja. Ina hat gesagt, komm, lass uns gleich das Dach abreißen. Halleluja. Ina hat gesagt, wir werden Gott gespürt. Okay, es braucht ein Reden Gottes. Dann machen wir alles, okay? Es braucht ein Reden Gottes. Jetzt wir uns in der Dschung von Gott. Okay, gut. Halleluja. Ich wünsche euch einen wunderschönen guten Morgen. Ich wünsche euch ein gutes Morgen. Wir haben normal Sonntagfrüh keinen Gottesdienst. Samstagabend geht es bei uns immer lange. Und das sind unsere Leute noch nicht so gewohnt. Aber im Rahmen der Konferenz haben wir gesagt, wir machen noch Sonntagfrüh. Gut. Hey, schön, dass ihr da seid. Wir haben das Programm etwas umgestellt. Wir machen Lobpreis am Schluss. Gott hat heute Nacht zu mir gesprochen und das will ich euch mitteilen. Und unsere Geschwister aus unserer Gemeinde in Krakau gehen in einer Dreiviertelstunde. Und ich wollte euch einfach nochmal was mitgeben. Und nehmt ganz liebe Grüße an André mit. Wir haben große Pläne in Polen. Und das wird gut vorwärts gehen. Genauso auch in Moldawien. Wir hatten neuesten Strategietreffen, 120 neue Gemeinden in Moldawien zu gründen. Und nächste Woche haben wir ein Treffen. Da geht es um Litauen, dann geht es um Lettland. Es ist Hammer, was abgeht. Jesus, segne dieses Wort an uns und Geheiliger Geist, erklär uns, was du meinst. Jesus, bleibst du das Wort für uns und Geheiliger Geist, помогst du uns wissen, was du uns nennen willst. So, kurze Vorgeschichte. Also Gott weckt mich oft nachts auf und sagt mir eine Bibelstelle oder gibt mir ein Bild oder einen Traum und so weiter. Und letzte Woche hat er mich aufgeweckt und hat immer gesagt, Lukas 3, 27. Lukas 3, 27. Und das war echt ein Bibelfers, wo normalerweise nicht viel Fleisch dran ist. Judah war der Sohn von Johann, Johann war der Sohn von Reza, Reza war der Sohn von Sero-Babel, Sero-Babel war der Sohn von Sheatiel, Sheatiel war der Sohn von Neri. Halleluja! Okay, aber, ich habe gesagt, Herr, und er hat fünfmal im Traum, Lukas 3, 27, Lukas 3, 27. Ich sage, okay, Herr. Und dann, okay. Und ich wusste, dass es auch Wort Gottes ist, also habe ich gesagt, okay. Was bedeuten die Begriffe? Und ich wusste, dass es auch Bожье Slovo ist. Ich habe gesagt, okay, was diese Slova bedeutet? Was möchte Gott hier sagen? Johann heißt Gnade und Großzügigkeit. Johann heißt Gnade und Großzügigkeit. Reza heißt Kopf und nicht Schwanz, Regieren. Und Reza означает Голова, а не Хвост, то есть управлять, руководить. Sero-Babel war derjenige, der von Babel den Lobpreis wieder nach Jerusalem gebracht hat und den Lobpreis wieder aufgerichtet hat. Sero-Babel, это был тот, кто принес Хвалу в Иерусалим обратно. Und Sheatiel heißt, erbeten, konkret von Gott bestellen und erwarten. Erbeten. Das heißt, erbeten, konkret von Gott bestellen und erwarten. Das heißt, это имя означает, что попросить и конкретно заказать и ожидать. Das ist ein biblischer Amazon-Fers. Ich habe bestellt und erwartet, dass Gott es tut. Das ist biblischer Amazon-Stich. Ich habe gekauft und ich hoffe, dass er kommt. Okay. Und dann Neri heißt, weisheit und Erkenntnis kommen von Gott. Neri означает мудрость и признание приходит от Бога. So, weißt du, was das zusammengefasst bedeutet? Знаешь, что это все вместе обозначает? Aus Gnade ergreifen wir das Mandат aktiv. И через благодать мы получаем мандат активно. Sind Kopf und nicht Schwanz. Быть головой, а не хвостом. Teilen großzügig aus, um Gottes Ehre groß zu machen. И раздавать щедро, чтобы хвалу Богу сделать великой. Erbeten konkret und werden Weisheit und Erkenntnis bekommen. Молиться конкретно и получать мудрость и признание от Бога. Das ist nicht schlecht, oder? Это не классно, не правда ли? Halleluja. И это было очень вдохновляющим, потому что я подумал, класс, это то, что на самом деле нам нужно. И я верю, что это была предварительная еда для сегодня. Но сегодня ночью Бог снова пробудил. И он сказал мне, Матфея 3, стих 10. Я не всегда могу запомнить, что там стоит, поэтому это было... Ибо многих он исцелил так, что имевшие язвы бросались к нему, чтобы коснуться его. Матфея 3, стих 10. Er hat die Axt an die Wurzel gelegt und Bäume, die keine Frucht bringen, werden abgehauen und ins Feuer geworfen. Und heute geht es echt um Meilensteine und Landminen im Glauben, Minen, Minen, die auf dem Boden liegen, Minen. Also Dinge, die dich vorwärts bringen oder Dinge, die dich kaputt machen können. Und Konsequenzen meiner Entscheidungen. Und dieses abgehauen und ins Feuer geworfen heißt im Griechischen Richtig weggeworfen, sodass man es nicht mehr braucht, also nicht drauf geachtet, einfach Müll. Und das ist schon eine harte Ansage für Sonntagfrüh, ne? Und ich habe gesagt, da muss es ein größeres Bild geben. Und dann steht zwei Verse später, er wird die Spreu vom Weizen trennen und den Träschplatz aufräumen und den Weizen in die Scheune bringen und die Spreu im Feuer verbringen. Also das Problem ist nicht, dass die Spreu vernichtet wird, sondern die Frage ist, wie komme ich zum Weizen? Und dann hat Gott etwas Lustiges gesagt. Und dann hat Gott mir etwas Interessantes und Wieseliges gesagt. Und er hat gesagt, geh mal durch das ganze Neue Testament und lese immer drei Vers 10. Und dann hat Gott mir gesagt, dann geh mal durch das ganze Neue Testament und lese immer drei Vers 10. Also, Markus 3, Vers 10. Mark 3, Vers 10. Denn er heilte viele, dass alle, die eine Plage hatten, sich an ihn hängten, um ihn anzurühren. Und er erheilte всех, die sich an ihn hängten, um ihn anzurühren. Wow, das ist Frucht, das ist Weizen. Und wenn Jesus sagt, ihr werdet größere Dinge tun, als ich, dann gehört es eigentlich zur Normalität, dass Kraftwirkungen Gottes in unserem Leben sind. Und wenn Jesus sagt, dass ihr mehr Dinge tun könnt, als ich, das bedeutet, dass es zu normalen Leben ist. Wir haben Freitag beim Lobpreisabend Heilungen erlebt. Wir haben gestern aus Thailand von Benji von dem Bericht gehört, wo viele Zeichen und Wunder gesehen sind, sogar 13 Totenauferweckungen geschehen sind. Und ich sage, okay, wenn der wenig Kraft ist, dann sage ich, Jesus, ich möchte, wir sind ja Kinder, ja? Okay, wir sind Kinder. Wir sind Kinder, ja? Söhne und Töchter. Wir sind Dächer und Söner. Und wenn der Papa was hat, was ich noch nicht habe, dann sage ich, Papa, ich will dorthin kommen. Und wenn Papa Auto fahren kann und ich bin drei Jahre alt, sage ich, Papa, ich will Auto fahren lernen. Vielleicht fängst du dann erst mal mit dem Fahrrad an, aber du entwickelst dich. Okay, und so, ha, fühl mich dorthin, dass immer mehr Kraft und Vollmacht in meinem Leben ist. Jesus sagt nämlich vorher, zeigt euch euer Leben, dass ihr ein neues Leben habt und dass ihr mir wirklich nachfolgt. Die Jünger haben nämlich gesagt, wir sind Söhne Abrahams und uns kann ja nichts passieren. Und Jesus hat gesagt, es bringt euch gar nichts, ihr müsst was zeigen. Und dann haben sie gesagt, was sollen wir denn tun? Und Jesus hat gesagt, wer zwei Hemden habt, der gebe dem, der keins hat. Wer Speise hat, der macht es ebenso. Und die Zöllner haben es verstanden und ließen sich taufen. Und die haben gesagt, wir geben ab. Und diese Mütter, die поняли das und sie sagten, wir geben alles, was wir nichtчестно verdienen. Also was gehört zum Weizen? Zeichen und Wunder, Kraftwirkungen und Großzügigkeit. Großzügigkeit. Gut. Gehen wir weiter. Johannes 3, Vers 10. Jesus erwidert und sprach zu ihnen, du bist der Lehrer Israels und verstehst das nicht? Jesus sagt zu den Pharisäern und sagt, du, Uchitel Israel, und du nicht verstehst das nicht? Was verstand er Nikodemus nicht? Was verstand Nikodemus nicht? Und zwar ging es um den Heiligen Geist. Und zwei Verse vorher steht, der Geist weht, wo er will, und der Wind weht, wo er will, und du hörst seinen Sausen, aber du weißt nicht, woher er kommt und wohin er geht. Und zwei Stichungen früher geschrieben wurde, dass der Wetter, der ruft, wo er will, und du nicht weißt, wo er kommt und wo er umgeht. So ist jeder, der aus dem Geist geboren ist. Und das ist für viele so eine geistliche Bequemlichkeitsformel. Und das ist für viele so eine удобische Form der Heiligen Geist. Ach, der Wind weht eh, wo er will, kann ich doch nichts dafür, dass der Heilige Geist mir keine Kraft gibt. Aber der Wind, der Wetter, der kommt und er, wie er will, und ich kann nichts damit machen. Nein! Nein! Der Wind weht, wo er will. Der Wind weht, wo er will. Und er wird nicht einfach verschwendet. Und er wird nicht einfach verschwendet. Sondern er will da wehen, wo die Segel aufgespannt sind. Der Heilige Geist geht da rein, wo er erwartet wird. Okay? Das heißt, spann deine Segel auf. Wenn du keinen Wind hast, dann sag, Jesus, hier bin ich. Bitte, blase mein Leben. Wenn du kein Wind hast, dann sag, Jesus, ich bin hier. Надue meinen Parus. Okay? Und dann Apostelgeschichte 3, Vers 10. Deяние Apostолов 3, 10. Da war der Gelähmte, den Petrus geheilt hat. Там был тот, кого Петр исцелил у Храма. Wieder Zeichen und Wunder. Основа чудеса и знамения. Und sie erkannten, dass es derjenige war, der an der schönen Pforte gesessen hatte und sie waren mit Verwunderung und Erstaunen erfüllt, dass er geheilt wurde. И они, люди узнавали, что это был тот человек, который сидел у Храма и просил, и что он не мог ходить, а он был исцелен. Also Wunder ist, wenn man sich wundert. Когда у тебя есть 200 грамм Макароны, wenn du 50 Leute nackarmst, dann ist das ein Wunder. Ich habe neulich eine Geschichte gelesen, da war das so, das war richtig cool. Ich habe neulich eine Geschichte gelesen, da war das so, da hat eine Frau für drei Leute Essen gehabt und hat dann 50 versorgt und am Schluss waren auch für 20 übrig. Ich habe eine Geschichte gelesen, wo es für drei Menschen gibt, und sie hat 50 und hat noch für 20 übrig. Halleluja! Zeichen und Wunder! Das ist die Normalität. Und wenn ich Zeichen und Wunder nicht erlebe, bin ich einfach nicht in der Normalität. Dann bin ich nicht in der Normalität. Wenn ich Zeichen und Wunder nicht erlebe, bin ich... Das ist aber jetzt nicht der Dampfhammer, wo ich euch jetzt erschlage. Ich sage, ey, wenn ihr alle kann jetzt euch im Wunder lebt, dann mache ich euch alle platt, weil ihr seid nicht normal. Das ist tatsächlich nicht ein Molotow, mit dem ich euch alle bieten möchte. Oh, wenn ihr nicht was passiert, dann ist das nicht so. Ich sage nur, da muss noch was passieren. Ich sage nur, dass etwas passieren muss. Wenn du zehn Jahre alt bist und kannst normal nicht lesen und schreiben, bist du nicht in der Normalität. Wenn du dreißig bist und bist immer noch mit Latz, dann ist das nicht normal. Wenn du 30 Jahre alt bist, dann ist das nicht normal mit dir. Okay. Okay, so. Dann muss ich einfach noch was entwickeln. Dann muss ich einfach noch was entwickeln. Ich sehe das eher als liebesvolles Werben Gottes, das sagt, hey, da ist noch mehr für dich drin. Als ich mein erstes Mofa bekam, da war ich zwar in Bewegung, aber nicht in der Normalität. Weil ich wusste, da gibt es noch mehr. Okay, jetzt bin ich in der Normalität. Und jetzt bin ich in der Normalität. Römer 3, Vers 10. Römer 3, Vers 10. Da steht, wir alle sind schuldig und keiner ist gerecht, auch nicht einer. Wir alle sind schuldig, es ist keiner gerecht, auch nicht einer. Oh, Schande. Schaffen wir es denn nie. Nein, das heißt nur, hier steht in dem Kontext steht, hey, wenn du dich durch Gesetz gerecht machen möchtest, du kannst Schuld nicht wieder gut machen. Du kannst doch nicht, wenn 50 erlaubt ist, mit 80 durch die Stadt fahren, du wirst geblitzt und du musst vor den Richter. Und du sagst, Herr Richter, wir machen einen Deal. Ich bin 30 zu schnell gefahren, nächste Woche fahre ich 30 langsamer und fahre nur 20 und dann ist alles wieder gut. Nein, das funktioniert nicht. Das heißt, wir können durch Gesetz nie gut genug sein, um alles gut zu machen. Aber deswegen gibt es Gnade. Wenn ich das Gesetz nicht erfüllen kann, aber Jesus sagt, durch meine Gnade vergebe ich dir deine Schuld. Und das Gesetz macht uns nur religiös. Gott, ich habe das und das und das für dich getan. Ich bin ein guter Christ. Wenn ich aber aus der Gnade lebe, dann sage ich, Gott, du hast so viel für mich getan. Ich kann es nicht zurückzahlen. Aber ich diene dir gerne. Das ist so, wie wenn Kinder beim Tisch decken helfen. Die können das Essen nicht bezahlen, aber die machen was mit. Das ist okay. Und was ist denn das für eine Vertrauensbeziehung, wenn die Kinder sagen, so, ich habe jetzt den Tisch gedeckt, du musst jetzt das Essen bezahlen. Das ist doch blöd. Deswegen steht 1. Korinther 3, Vers 10 Gemäß der Gnade, die mir gegeben ist, habe ich als weiser Baumeister einen Grund gelegen, ein anderer baut auf, jeder gebe acht, wie er darauf aufbaut. Das hat Paulus geschrieben. Gnade heißt, Gott beschenkt uns unser unfertiges Leben und er beschenkt uns in der Beziehung zu ihm und dann baut er es auf. Galater 3, Vers 10 Wer dagegen auf das Gesetz vertraut, um vor Gott gerecht zu werden, steht unter einem Fluch. In der Schrift heißt es, verflucht es jeder, der nicht alle Gebote beachtet und befolgt. So, wenn du feststellst, du bist nicht gut genug, Halleluja. Und wenn du feststellst, es ist nur durch seine Gnade, dann wirst du unheimlich dankbar. Und wenn du feststellst, dass du alles in deiner Leben durch seine Gnade durch seine Gnade bist du einfach dankbar. Okay, du wirst einfach nur dankbar. Du bist einfach dankbar. Es ist doch in so vielen Sachen so. Es ist in so vielen Sachen so. Ich stelle fest, ich bin nicht der perfekte Ehemann, aber ich bin so dankbar, dass ich meine Frau trotzdem liebe. Ja, ich bin nicht der perfekte Christ, aber ich bin froh, dass Gott mich liebt. Und wegen dieser Liebe will ich ihm alles zurückgeben und ihn einfach ehren. Und Gott beschenkt uns dann wieder mit übernatürlicher Weisheit zum Beispiel. Und dann hat Gott uns wieder mit übernatürlicher Weisheit. Epheser 3, Vers 10. Epheser 3, Vers 10. Gottes Absicht war es, dass die Mächte und Gewalten im Himmel durch seine Gemeinde den Reichtum seiner Weisheit erkennen. Also Gott wollte, dass auch die unsichtbare Welt Halleluja. Könnte ich dir das vorstellen? Also die unfähigen Begnadeten von Gott, wenn die zusammenkommen in einer Gemeinde, da es so viel Weisheit Gottes ist, dass die Leute von außen sehen, wow, das ist was Übernatürliches. Представьте себе, das sind Leute, die nicht auf was zu tun waren, die Gott liebte Gott. Und als sie zusammengebracht waren, da gab es so viel Wunderschön, dass es allen nichtwürden war, dass es Gott mit ihnen ist. Halleluja. Philippa 3, Vers 10. Mein Wunsch ist es, Christus zu erkennen und die mächtige Kraft, die ihn von den Toten auferweckte, am eigenen Leib zu erfahren. Mein Wunsch ist, mein Wunsch zu erinnern, dass Christus und seine Kraft und seine Kraft, die die mörder Menschen in meinem eigenen Körper auch zu erleben ist. Kannst du dir das vorstellen? Das ist doch super. Ich darf den Wunsch äußern, dass die gleiche Kraft, die in Christus gewirkt hat, in meinem Leben wirkt. Ich darf den Wunsch äußern, dass die gleiche Kraft, die in Christus gewirkt hat, in meinem Leben wirkt. Ach so. Ich kann das Wunsch, dass die Kraft, die Christus aus mörderen hat, auch in meiner Leben действiert. Denn, Kolosser 3, Vers 10, Kolossian 3, Vers 10, ihr seid neue Menschen geworden, kannst du es einfach so übersetzen, die ständig erneuert werden, und das geschieht, indem ihr Christus immer ähnlicher werdet, wie Gott es gedacht hat. Und das geschieht, und das geschieht, wenn wir in Christus immer ähnlicher werden, und dadurch werden wir immer ständig erneuert. Der Begriff im Griechischen ist ein Begriff, der kommt eigentlich aus dem Geschäft. Und in Griechischem, na самом деле, das, 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 Gott investiert sich in uns wie in einer Anzahlung und verpflichtet sich zur vollständigen Kaufpreiszahlung. Okay. So wie wenn du ein Auto kaufst, du zahlst an und verpflichtest dich, die Raten bis zum Schluss zu zahlen. Das ist, als ob du eine Maschine im Kredit und machst den ersten Anzahlung und du bist bereit, und du bist bereit, bis zum Schluss zu zahlen. Dieser Begriff ist da dahinter. Und mit dieser Ratenzahlung erneuerst du ja den Beschluss, ich stehe dazu, dass ich in dieser Investition bin. Und jeden Tag, wenn du den nächsten Anzahlung erneuerst du ja den Beschluss, so mit jeder Erfahrung, die ich mit Gott mache, mit jedem Wachstum, sagt er, ich hab dich immer noch lieb. Und ich gehe weiter mit dir. Und ich stehe mit dir weiter mit dir weiter. Halleluja! Halleluja! Und 1. Thessalonicher 3, Vers 10. 1. Thessalonicher 3, Vers 10. Tag und Nacht beten wir für euch und bitten Gott um ein Wiedersehen, damit wir vollendet werden können. Woran es euch im Glauben noch... vollenden können, woran es euch im Glauben noch fehlt. Das sind Geschwister, die zusammenhalten, die für einander im Gebet eintreten und sagen, hey, wir wollen, dass ihr stark werdet. Das sind Bratia und Sästri, die молятся und sagen, wir wollen euch umfassern, wir wollen, dass ihr stark werdet. Halleluja! Denn es gibt Herausforderungen, es gibt Gefahren. Es gibt вызовы, es gibt опасности. 2. Thessalonicher 3, Vers 10. 2. Thessalonicher 3, Vers 10. Denn als wir bei euch waren, haben wir euch erklärt, wer nicht arbeitet, soll auch nicht essen. Wir haben nämlich gehört, dass einige von euch ein faules Leben führen und die Zeit verschwenden. Und da geht rечь, Paul говорит, dass, wenn ich bei euch war, ich教te euch, dass der, der nicht arbeitet, vielleicht nicht ist, aber wir hören, dass einige von euch einen leniweren Form der Welt und sie nicht wollen arbeiten und die Zeit nutzen, das ist unbezüglich. Wenn du das Potenzial, das Gott dir gibt, einfach verschwendest und nicht benutzt, dann musst du dich nicht wundern, dass du keine Kraft hast. Und wenn du den Potenzial, die Kraft hast, die Kraft hast, die Gott nicht benutzt, dann musst du nicht удивlern, dass du keine Kraft hast. Okay. So, das heißt, nicht, dass wir uns alles erarbeiten müssen. Das bedeutet, dass wir alles müssen machen. Aber wenn Dinge, die du investierst, nicht benutzt werden, dann ist das Investment nutzlos. Aber wenn du investierst in etwas und nicht es benutzt, dann ist das schlubbe, das ist unbezüglich. Beispiel. Ich gebe einer meiner zahlreichen Töchter ein Auto, um wohin zu fahren. Ein Beispiel. Ich gebe einer meiner sehr 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 Dachin. Ich gebe einer meiner um wohin zu fahren. Ich gebe einer meiner zahlreichen ohne машine. Hey, schön, dass du da bist. Wo ist denn das Auto? Oh, привет. Так klasse, dass du верnulst. Aber wo ist die машine? Oh, habe ich vergessen. Irgendwo geparkt. Oh, ich habe vergessen. Ich habe irgendwo geparkt. Erinnere dich, wo war das Auto? вспоминай, wo ist die Maschine ? Keine Ahnung. Понятия da war das nichts wert. Was werde ich sagen? Oh, du kriegst das nächste Auto, kannst du wieder vergessen. Wenn ich aber Auto gebe und sie kommt am nächsten Tag zurück und es ist vielleicht sogar gesaugt und gewaschen dann sage ich, oh, das nächste Mal kannst du mit dem Auto in den Urlaub fahren. Dann sage ich, oh, krüter, dann kannst du in den Auspust auf der Maschine fahren. Okay. Also, wer nicht arbeitet, soll nichts essen, heißt, hey, wenn du das, was Gott dir gibt, wertlos machst, dann wird er nicht weiter investiert, weil das hat kann. Und das hat auch mit Charakter zu tun, deswegen der nächste Vers, 1. Timotheus 3, Vers 10. Bevor du jemanden zum Diakon in der Gemeinde machst, übertrage ihm Aufgaben, indem du ihn prüfen kannst, ob er sich bewährt. Es geht immer um die Entscheidungen im Kleinen. Dann kann Gott dich über mehr setzen. und eben über die Entscheidungen, die keiner kontrollieren kann. Wenn ich heute zum Predigen dran bin, stehe hier auf der Bühne, kannst du überprüfen, ob ich hier stehe. Wenn ich heute Toilettendienst habe, kannst du auch überprüfen, ob die sauber sind. Wenn ich heute bin, wenn ich проверere, ob ich nicht gut oder nicht. Aber wenn ich sage, hey, ich bete für dich und ich mag es nicht, das sind Entscheidungen, die keiner überprüfen kann. Bevor David König wurde, hat er im Treuen Schafe behütet und gegen Bären und Löwen gekämpft, obwohl ihn keiner kontrolliert hat. Und er hätte bei 100 Schafen und da kommt ein Löwe jederzeit sagen kann, ups, ist halt passiert, Löwe ist stark. Deswegen, 2. Timotheus 3, Vers 10, Vorbilder und Umsetzer. Aber du hast dich an das gehalten, was ich gelehrt habe, Timotheus, und du hast dir die Art, wie ich lebe, zu eigen gemacht. Und du hast dir ein Beispiel genommen. Und deswegen bist du gewachsen. Wir brauchen gute Leute, denen wir folgen können. sagen, oh Mann, so wie der unterwegs ist im Glauben, möchte ich auch wachsen. Genau. Weil Titus 3, Vers 10 heißt, wenn jemand unter euch Spaltung auslöst, dann verwahne ihn ein und zweimal und dann gib dich nicht mehr mit ihm ab. Sag mir, mit wem du dich abgibst, und dann sag ich dir, wer du bist. Sag mir, wer deine Freunde sind, und ich sag, wer du bist. Gib dich mit guten Vorbildern ab. Und nicht mit Schimpfern und Zerstörern. Nicht mit mit die zu verraten, die etwas zu sagen. Okay. Weil wenn du dich in gute Vorbilder investierst, dann wirst du selber zum guten Vorbild. Oder nachfolgt, dann wirst du selber. Weil wenn du folgst, wer ein guter пример, dann wirst du ein guter пример. Das steht in Philemon 3 und 10. Philemon 3 und 10. Wir wünschen euch die Gnade und den Frieden von Gott. Und mein Anliegen betrifft Onesimus, der für mich wie ein eigener Sohn wurde, weil er durch meinen Dienst im Gefängnis gläubig wurde. Anissi spreche an Anissi der war als сыng und er wurde Anissi investiert und er wurde gläubig aus dem Gefängnis heraus geholt und er wurde ein Nachfolger. Philemon investierte in Anissi und er aus Türen und wurde последowatel So einen hattest du auch, ne? Ja. Er hat sich in dich investiert, richtig? Ja. Und hat dich aus dem Gefängnis geholt, ne? Also Er hat die gleiche Geschichte. Er hat Jesus kennengelernt. Wie wichtig, dass Menschen sich investieren. Okay. Hebräer 3, Vers 10. Hebräer 3, 7. Da heißt es, ich war zornig auf sie, denn ständig kehren sie ihre Herzen von mir ab und weigern sich zu tun, was ich sage. Wutig. Ich war immer verraten, weil ihr in deinem Herz immer verraten, ich gesagt habe. Achte auf dein Herz. dass du tust, was Gott dir sagt. Mich hat jemand gefragt und hat gesagt, wie ist das mit Gottes Stimme hören? Wie mache ich das? Ich habe gedacht, das ist ziemlich einfach. Mach das wie ein Schaf. Schaf kann dumm sein und kann vertrauen. Ich sage immer, Gott, ich mache alles, was du sagst. Ja, aber vielleicht höre ich dann falsch. höre ich nicht wahrnehme. Ich sage, ich mache alles, was ich wahrnehme, Gott. Ich sage, ich mache alles, was ich finde, was ich verstehe. Und wenn ich falsch gehört habe, dann korrigiere du mich, aber ich will doch nur diätrine, ich will nur gehorsam sein. das ist besser als dauernd zu zweifeln, oh, habe ich richtig gehört oder nicht und nichts zu tun. So, wenn die Mama zum Kind sagt, hey, hol mal den Maman Laden, Glas. Und dann steht das kleine Kind da und hat einen Farbeimer in der Hand. Farbeimer, Farbe, Ayma, Farbe. Und wenn ребен kommt, und hat eine Varen mit Varen dann kann ich entweder schimpfen, oh, das ist doch der Farbeimer. Oder ich kann sagen, hey, er wollte es richtig machen, er hat nur ein bisschen falsch verstanden. Und Gott würde für Sorge tragen, dass die Farbe nicht aufs Brot kommt, sondern die Marmelade. Schlebe, sondern Waren. Okay. Er trifft gute Entscheidungen. Und die Frage ist, Jakobus 3, Vers 10, es kommt Segen und Fluch aus dem selben Mund. Und das darf nicht so sein. Die Frage ist, was sprichst du? Was proklamierst du? Sprech ich sieg und glaub aus? Sprech ich segn aus? Sprech ich gutes aus? Hör sch oder habe ich eine Sonntagsprache und habe eine Alltagssprache? Oder ich habe zierkof und jahres 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 Okay. Genauso 1. Petrus 3, Vers 10. Wenn du ein glückliches Leben führen und gute Tage erleben willst, dann hüte deine Zunge vor bösen Worten und verbreite keine Lügen. Wenn du willst проводit хорошую жизнь, dann du musst behalte dein языk aus zla und lжi. Sei ein Segen. ein Segen. Halleluja. Denn es gibt ein zu spät. Gott hasst es, wenn wir religiös spielen. Gott hasst es, wenn wir religiös spielen. Aber er liebt seine Kinder, die ihm nachfolgen. Wir werden nie perfekt sein. Auch am Tag, wo wir sterben, werden wir nie perfekt sein. Aber wenn wir in einer Liebesbeziehung zu unserem Papa sind, dann ist das gut. Okay? So wir brauchen nicht auf Perfektionismus bauen, sondern wir wollen auf Liebesbeziehungen bauen und Liebesbeziehungen lassen manches einfach nicht zu. Wir nicht sollten unsere Leben und отношения auf Perfektionismus sondern auf Liebe. Weil отношения zu Liebe nicht verhindern. Wenn ich meine Frau liebe, werde ich manche Sachen, die ihr nicht gefallen, nicht tun. Wenn ich meine Frau meine Frau bin, ich nicht machen. Ja, Halleluja. Okay. Denn 2. Petrus 3, Vers 10, denn der Tag des Herrn wird unerwartet kommen wie ein Typ, dann wird der Himmel einen schrecklichen Lärm vergehen und es wird sich in Flammen auflösen und die Erde in allem was ausrichtet. Mitra 3, 10, den Gott kommt wie ein Wohr. Überraschend. Manches kommt überraschend. Weiß ich, ob ich in 10 Minuten noch lebe? Das Herz kann aufhören zu schlagen, ich liege da und ich feiere im Himmel und ihr habt einen schönen Sonntag. Weil dann kommt Anatoly zurück, betet für mich, weckt mich von den Toten auf, ich muss aus dem Himmel wieder zurück dann feiert ihr und ich frage mich, ob das gut war. Ich muss euch einen kleinen Witz erzählen. Ein Ehepaar stirbt. Beide gläubig kommen an die himmlische Pforte und kommen an die himmlische Pforte und kommen an die himmlische Pforte sie sagen wir nicht durch, das ist zu schön für uns. Aber sie werden abgeholt und sagen ihr seid Kinder Gottes, ihr dürft da durch. Aber sie dann laufen sie auf den goldenen Straßen. Oh das ist viel zu wertvoll. Bei uns ist das Straßenbelag. Dann kommen sie in ihre himmlische Wohnung. Und sie sehen diese schöne Wohnung die für sie vorbereitet ist. Und sie sagen wir können uns die Miete nicht leisten. Und dann heißt es hey es ist alles umsonst ihr seid Kinder Gottes das ist eure himmlische Wohnung. Und dann dreht sich der Mann zu der Frau und sagt du mit deinen Knoblauch bilden das hätten wir schon zehn Jahre haben können. Okay. Okay. So. Klare Entscheidung. Erste Johannes 3 Vers 10. 1 Ioana 3 Vers 10. So lassen sich die Kinder Gottes deutlich von den Kindern des Bösen unterscheiden. Jeder der nicht geräst ist und seine Mitmenschen nicht liebt, liebt nicht aus Gott. Okay. Das Es ist Es muss frucht hervorbringen. Es muss sein. Und Gott liebt Menschen. Gott liebt Menschen. Ich kann nicht sagen, ich liebe Gott, aber ich mache mein eigenes Ding. Ich nicht sagen, ich liebe Gott, aber ich mache das, was ich möchte. Okay? Und wenn ich aber, wenn du sagst, oh Mensch, da war ich falsch drauf oder ich habe einen Fehler gemacht, dann verdamm dich nicht selber, sondern geh einfach zurück auf die Spur. Aber wenn du siehst, dass du eine Fehler gemacht hast, du nicht schraubst dich, aber du bist einfach in die richtige Beziehung, auf den richtigen Weg. Das ist ganz normal in einer Beziehung. Das ist ganz normal in einer Beziehung. Wenn meine Frau mich um etwas bittet und ich vergesse das und mache das nicht, dann kann ich, oh ich bin ein schlechter Ehemann, ich bin ein schlechter Ehemann, ich bin ein schlechter Ehemann. Das bringt ihr nichts und mir nichts. Aber ich kann sagen, Schatz, sorry. Ich bringe das jetzt in Ordnung. Oder wenn ich etwas mitbringen sollte und die Läden haben schon zu. Ich sage, ich schreibe mir das auf und das nächste Mal kannst du dich auf mich verlassen, ich tue mein Bestes. Wenn wir abgleichen und sagen, hey, irgendwas passt nicht zu der Beziehung zu Gott, dann entscheiden wir uns und gehen einfach wieder zurück auf die Spur. Und wenn wir проверяем und sehen, dass etwas nicht so ist, dann sagen wir, okay, wir müssen zurück auf den richtigen Weg. Und wir возвращаемся auf den richtigen Weg. Denn 2. Johannes 3. 2. Johannes 3. Gnade, Barmherzigkeit und Frieden von Gott sei mit euch, damit wir in der Wahrheit und Liebe leben. Das heißt, hey, wir wollen in der Wahrheit und der Frieden und Gotteskraft leben. Und dann 3. Johannes 3. 3. Johannes 3. Und 10. Einige Brüder gehörten zurück und ich habe mich sehr gefreut, weil sie erzählten, wie du in der Wahrheit lebst. Und er hat gesagt, da gibt es einen anderen in der Gemeinde, mit dem muss ich reden, weil der nimmt Leute nicht auf und der redet schlecht. Das geht nicht. Und ich habe auch erfahren, dass in der Kirche andere, die schlecht sagen, sie nicht принимen Brüder, und wir müssen mit ihnen zusammenfassen. Weil in Judas 3. und 10 steht, ich muss euch auffordern, für die Wahrheit der Botschaft zu kämpfen. Weil es gibt Leute, steht hier, die spotten und fluchen über Dinge, die sie nicht verstehen, wie unvernünftige Tiere. Weil es gibt Leute, die sie nicht verstehen, wie unvernünftige Tiere. Aber Offenbarung 3. Vers 10 steht, Weil du meinen Befehl befolgt hast und geduldig zu warten, werde ich dich vor der schweren Zeit beschützen. Die über die ganze Welt kommen wird, um zu prüfen, wie auf dieser Erde leben. Das waren jetzt viele Bibelstellen. Ich sage noch mal ganz kurze Überschriften. Kraft, Zeichen und Wunder. Praktisches Handeln. Segel aufspannen. Wir sind alle schuldig und brauchen Gnade. Gnade macht uns Feuer beständig. Gnade macht uns und wieder Kraft Gottes erleben. Ständige Erneuerung. Dran bleiben. Dranbleiben, einfach beständig dahinter herlaufen. Und es gibt Konsequenzen, positive und negative. Charakter und Frucht, Veränderung der Persönlichkeit. Es gibt Vorbilder und Zerstörer. Für bitte Aufbau und dein Herz. Für bitte, füreinander beten. Dann der Kampf um dein Herz. Deine Entscheidungen. Deine Saat. Es gibt ein zu spät. Es gibt auch, wenn es etwas zu tun ist. Darum triff klare Entscheidungen. Du musst четkere Entscheidungen. Und die Frucht guter Entscheidungen ist der Lohn, den Gott nur geben kann. Und der Brot, die richtig, richtig und richtig решet sind. Das war jetzt viel Bibelstellen. Aber schau, wo, wo, wo bist du gemeint? Wo ist dein Punkt? Oh, Herr, ich muss meinen Kurs korrektieren. Oh, ja, ich muss meinen Kurs korrigieren. Ich muss meine Zunge korrigieren. Ich muss meine Beziehung vertiefen. Jesus, ich muss überlegen, mit was beschäftige ich mich. Jesus, ich muss überlegen, mit was beschäftige ich mich. Ich will deine Gnade mehr in mein Leben lassen. Jesus, ich möchte, dass deine Gnade, deine Gnade, deine Gnade, deine Gnade mehr in mein Leben ist. Trifft deine Entscheidung. Ihr wisst, der Anfangsvers war, ich will die Spreu vom Weizen trennen. Das heißt nicht Vernichtung, das heißt, Gott will, dass du Weizen wirst. Du hast alles Potenzial dazu. Entscheide dich dazu. Spann auf. Wir haben jetzt Lobpreis. Und wir gehen in diesen Lobpreis mit dieser Sache rein. Sag Gott, ich will mehr von dir. Ich will mich gut entscheiden. Ich will gute Frucht bringen. Ich will, dass die Vollmacht zunimmt. Und einfach geh mit diesem Versuch zu diesem Versuch zu Gott. Und sag ihm, dass du eine richtige Versuchstelle möchtest. Du willst, dass die Böse der Macht действierte. Ich schaue nicht mehr auf mich, auf meine Kraft. Ich versuche nicht, aus meiner Kraft gerecht zu werden, sondern ich will deine Gnade mehr in mir in meinem Leben. Ich will dir dienen und nachfolgen. Sei gesegnet zu guten Entscheidungen. Und zu guter Frucht. Halleluja. Lass uns aufstehen und Gott loben, okay? Amen. 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 Gott ist gut. Gott ist glücklich. Er ist immer für uns da und er hilft uns immer. Er ist immer für uns und er hilft uns immer. Er ist immer für uns und er hilft uns immer. Und wenn wir wirklich überlegen, alles was wir haben, das ist nur durch seine Gnade. Und wenn wir wirklich überlegen, das ist nur durch seine Gnade, das ist nur durch seine Gnade, das ist sehr wichtig, dass wir Gott dankbar sind. Also, es ist wichtig, dass wir einfach dankbar sind, Gott, für das ist nur durch seine Gnade. Und wenn wir wirklich überlegen, das ist nur durch seine Gnade, das ist nur durch seine Gnade, das ist nur durch seine Gnade. Und wenn wir wirklich überlegen, das ist nur durch seine Gnade, das ist nur durch seine Gnade. Und wenn wir wirklich überlegen, das ist nur durch seine Gnade, das ist nur durch seine Gnade. Und wenn wir wirklich überlegen, das ist nur durch seine Gnade, das ist nur durch seine Gnade. Und wenn wir wirklich überlegen, das ist nur durch seine Gnade, das ist nur durch seine Gnade. Nichts und Niemand ist besser als du. Nichts und Niemand ist besser als du. Nichts und Niemand ist besser als du. Ich fühl mich nicht. Die Schwäche zu zeigen. Mit meiner Vergehen hast du längst gesehen. Doch nennst du mich Freund. Du, der Gott, meine Höhe. Du, der Gott, meine Tiefe. Du befindest mich dort. Wie an jedem Ort. Gnade mir treu. Nichts und Niemand ist besser als du. 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 Nichts und Niemand. Nichts und Niemand ist besser als du. 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 Nichts und Niemand. Nichts und Niemand ist besser als du. Nichts und Niemand. mehr sind. Danke, dass du nach uns erlöst hast. Durch deine Kraft und durch deine Liebe sind wir von Angst frei geworden. Wir können volle Leben in dir haben. Mit dir, unsere Papa. Es gibt nichts zwischen uns. Ich kann einfach zu dir kommen und einfach mit dir zusammen sein. Weil ich bin kein Knüch, der so dem Meer. Aber ich bin ein Kind des Gottes. Danke, danke. Yes. Jisoo Jesus. Musik Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 I am a child of God You split the sea so I could walk right through it My fears were thrown in perfect love You rescued me so I could stand and see I am a child of God You split the sea so I could walk right through it My fears were thrown in perfect love You rescued me so I could stand and see I am a child of God You split the sea so I could walk right through it My fears were thrown in perfect love You rescued me so I could stand and see I am a child of God I am a child of God You split the sea so I could walk right through it My fears were thrown in perfect love You rescued me so I could stand and see I am a child of God 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 Alleluia 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 Und in diesem Jubel werden wir auf diese Erde gehen Alleluia Alleluia Und in diesem Jubel werden wir auf diese Erde gehen Und deswegen werden wir gute Entscheidungen treffen Weil wir das niemals mehr loslassen wollen Weil wir diesen Jesus nie mehr verlieren wollen Weil es für uns nicht ein ferner Gott ist, dem wir irgendwie dienen müssen sondern es ist unser Vater. Und deswegen laufen wir und laufen wir und wachsen in der Beziehung mehr und mehr und nehmen viele mit zu diesem Papa. Und durch diese Kraft, die in uns frei wird, werden wir Kraft sehen durch unser Leben. Du kannst mit schwachen Muskeln stark sein. Halleluja, weil Gott durch dich wirkt. Oh, das ist so gut. Danke, Jesus. Danke für deine Erlösung und Befreiung. Danke für neues Leben. Danke für Perspektive. Und wir senden unsere Geschwister, die wieder zurückgehen in ihre Länder und Gemeinden bauen wollen und ihr Arbeit tun. Wir senden euch zurück mit dieser Kraft und dieser Freude Gottes. Mit dieser Kreativität und Weisheit. Und wir beten es auch für hier, für den Frankenwald, für Deutschland. Und all die anderen Länder. Und für die Ukraine. Wir segnen, dass das Reich Gottes vorwärts geht und dass die Kraft Gottes sichtbar wird. Und es sind welche unter euch, die glauben selber noch nicht, aber ihr werdet die Hände auf Kranke legen, sie werden geheilt werden. Und warum sollte Gott durch dich keine Toten auferwecken? Halleluja. Du kannst in Gottes Möglichkeiten, in Gottes Unmöglichkeiten alles tun. in Gottes Unmöglichkeiten und in Gottes Unmöglichkeiten alles tun. Halleluja. Danke, Jesus. Danke, danke, Jesus. Danke, Jesus. Du bist so gut. Du bist so gut zu uns. Was es für eine Freude ist, ihm nachzufolgen. Sein Kind zu sein. Was für ein Vorrecht. Halleluja. Und aus dieser Beziehung raus triffst du Entscheidungen und alles, was die Beziehung stört, muss einfach weg. Und alles, was die Beziehung stärkt, muss mehr her. Halleluja. Spiel nochmal. I am a child of God. Das ist gut. Das ist gut. Das ist gut. I am a child of God. 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 I am no longer, I am no longer a slave. ich habe ich ja ja mehr ich habe ich habe zahra Ich bin nicht mehr von Griechen, denn ich bin ein Kind. Ich bin ein Kind. Ich bin nicht mehr von Griechen, denn ich bin ein Kind. Ich bin nicht mehr von Griechen. Ich bin nicht mehr von Griechen, denn ich bin ein Kind. Ich bin nicht mehr von Griechen, denn ich bin ein Kind. Ich bin nicht mehr von Griechen, denn ich bin ein Kind. Ich bin nicht mehr von Griechen. Ich bin nicht mehr von Griechen, denn ich bin nicht mehr von Griechen. Ich bin nicht mehr von Griechen, denn ich bin nicht mehr von Griechen. Ich bin nicht mehr von Griechen, denn ich bin nicht mehr von Griechen. Ich bin nicht mehr von Griechen, denn ich bin nicht mehr von Griechen. Ich bin nicht mehr von Griechen, denn ich bin ein Kind. Ich bin nicht mehr von Griechen, denn ich bin nicht mehr von Griechen. Ich bin nicht mehr von Griechen, denn ich bin nicht mehr von Griechen. Your name is a lie, forever lifted high. Your name cannot be overcome. Your name is a lie that the shadows can't deny. Your name cannot be overcome. Your name is a lie, forever lifted high. Your name cannot be overcome. Jesus, Jesus, you make the darkness tremble. Jesus, Jesus, the silence fear. Jesus, Jesus, you make the darkness tremble. Jesus, 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 you make the darkness tremble. Jesus, Jesus, the silence fear. Jesus, Jesus, you make the darkness tremble. Jesus, Jesus. Jesus, you make the darkness tremble. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Die Dunkelheit kann sich gegen das Licht nicht wehren. Das Licht ist immer stärker als die Dunkelheit. In diesem Raum, wenn alles finster ist, ein Streichholz anzündest, ist es heller als die Dunkelheit. Und in diesem Bewusstsein wollen wir euch senden und segnen. Und ich bitte alle Geschwister aus Moldawien, die noch da sind, sind schon viele gefahren, nach vorne zu kommen. Und Bruder Alexander aus Kiew, bin ich nach vorne zu kommen? Ich möchte euch bitten, die Brathe aus Moldau, die noch bleiben, und auch Brat Alexander. Wir wollen euch segnen. Wir möchten euch einfach segnen mit Kraft. Mit neuen Feuer, mit Weisheit, mit allen Himmlischen Segen. Halleluja! Frank, bitte für Sie, wer mag, wer mag, wer mag, und fang. Vielen Dank! Danke dir, Herr. Für deine Gnade und Liebe. Für jeden für uns. Für jeden für uns. Für jeden für uns. Du hast das in unseren Geist, das in unseren Geist. Und wir sind so dankbar für diese Begegnung. Wir sind sehr dankbar für diese Begegnung. Und wir können euch nicht mehr zum Beispiel für diese Begegnung. Du hast uns inspiriert, du hast uns motiviert, uns geholt. Wir segnen unsere Brüder aus Moldawien, aus Ukraine und unsere Schwestern. Wir sprechen in ihrem Leben, dass der Heilige Geist noch mehr sich zeigen wird. Dass sie noch mehr Frucht bringen. Dass deine Liebe dich jeden Tag umarmt. Dass sie deine Hand auf ihr Leben fühlt. Dass sie, wie du sie alle Angst fühlst. Dass sie, wie du sie selbst fühlst. Und sie werden sie als Sieger sein. Denn wir sind immer Sieger. Wir sind Sieger. Und sie werden uns. Wir bedanken dir, Herr. Wir bedanken dir, Herr. Wir bedanken dir. Wir bedanken dir, Herr. Wir bedanken dir, wer auf ihr Herz zu Gott und gesagt, Ja. Halleluja. Wer über die Herz zu Jesus gemacht hat. Wir bedanken dir, her Schwer zu Gott. Wir bedanken dir in dem Leben. Wir bedanken dir, Herr. und Gottes Frieden soll auf ihr Verstand sein im Namen Jesu Christi. Immer, in jedem Ort, im Namen Gottes wird durch diese Leute sein. Und dein Frieden wird auf ihren Häusern sein. Und sie sollen keine Norte haben. Wir progleichen, dass jeder Norte wird von dir besorgt, Herr. Durch deine Gnade und deine Liebe. Und sie werden immer fühlen, dass du um diese Menschen sorgst. Gott, das, was sie beurteilen, dass du, was sie beurteilen wird. Halleluja! Ich glaube, dass du, was sie beurteilen soll, dass du, was sie beurteilen soll. Halleluja! Sie beurteilen, dass dein Gottes Reich noch größer sein wird. Ich glaube, dass du, was sie beurteilen soll. Halleluja! 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 Und sie haben langsam immer mehr dem Licht noch mehr zugewendet. Und es ist wichtig, dass sie eingepflanzt sind. Das habt ihr. Und ich möchte dich ermutigen, noch immer mehr zu diesem Licht hinzuwenden, zu Jesus. Und er sagt wirklich, ihr seid nicht zu jung und ihr dürft wachsen. Ihr dürft wachsen. Ja, Jesus möchte Großes mit euch tun. Halleluja! Ja, und so danke ich dir, Herr Jesus, dass du einfach diesen Segen ausgiehst, Jesus. Ich bedanke, Herr Jesus, dass du einfach diesen Segen ausgiehst, Jesus. Dass viel Frucht entsteht und dass sie wachsen, Jesus, die Leute hier sind, Herr. Dass viele Frucht entsteht und dass sie wachsen, Jesus, die Leute hier sind, Herr. Halleluja! Ich habe nochmal den Eindruck bekommen, dass auf den Boden, wo eure Füße gehen, dass Gott den Grund euch gibt. Und seid einfach auch bereit, dass Gott mit euch ist. Und mit jedem Stück hier, wo ihr geht, einfach Gottes Reich baut. Und будьте готовы, dass Gott mit euch in jedem Ort, wo ihr geht, in jedem Ort, wo ihr geht, in jedem Ort, wo ihr geht, in jedem Ort. Halleluja! Lukas, willst du noch? Halleluja! Jesus, so senden wir sie aus, eure Fahrzeuge gehütet sein. Und пусть ihr Transport wird euch ausgestattet sein. Und wir bitten euch, betet auch für uns. Und wir bitten euch, betet auch für uns. Betet für Deutschland, betet für unsere Gemeinde. Maletet für unsere Zerke. Wir möchten das Reich Gottes in alle Richtungen ausbreiten. Wir brauchen unseren gegenseitigen Segen. Wir brauchen unseren gegenseitigen Segen. Halleluja! Halleluja! Seid gesegnet im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen! Amen! Halleluja! Yelisa möchte noch was ansagen. Yelisa! Genau! Ich habe zum Abschluss noch ein paar ansagen. Erstmal möchte ich einfach Danke sagen. Danke für euch Worshipper. Danke für jeden Einzelnen, der von weit an gereist ist. Danke für jeden Einzelnen, der von weit an gereist ist. Und danke für euch auch, die ihr immer wieder hier wart und online auch, die ihr einfach dabei seid. Ich denke, es ist... Ich denke, Gott hat viel gesprochen. Ich denke, Gott hat viel gesprochen. Und das Wichtige ist, dass wir da jetzt nicht einen Punkt setzen, sondern einen Doppelpunkt. Und важно, dass wir nicht eine точку auf dem, sondern zwei точки. Sondern dass es eben weiter geht. Und dass wir das mit in unseren Alltag nehmen. Und dass wir das mit in unseren Alltag nehmen. Ja, dass Gott dadurch Großes noch Größeres tun kann. Und ja, wir haben auch hier unseren nächsten Gottesdienst wieder, am 18.06. Und dann haben wir ein richtig cooles Highlight auch demnächst. Und zwar kommt der Michael Stahl am 1.07. Und da haben wir die Grafik dabei. Und das wird ein richtig cooles Event. Und da musst du unbedingt dabei sein. Und du musst da unbedingt dabei sein. Denn sowas in die Richtung hatten wir noch nie. Und ich glaube, das wird richtig spannend. Ja, genau, sei dabei. Aber natürlich haben wir danach auch Gottesdienst wieder. Und wir haben ja trotzdem in zwei Wochen Abstand Gottesdienst. Deshalb, wenn du sagst, hey, ich brauche irgendwo mehr, mehr Church. Wir haben wöchentlich unsere Homegroups. Wo du einfach in kleinen Gruppen Gemeinschaft haben kannst. Wenn du dazu mehr wissen willst, dann kannst du zum Infopoint gehen oder auch auf mich zukommen. Und genau, Donnerstag ist auch ein ukrainischer Gottesdienst. Jeden Donnerstag. Und каждый четверг ukrainische Sobranie für Ukrainer. Also auch euch haben wir gut versorgt. Und wir haben uns über unsere Bratsche und Söster. Genau, wenn ihr Fragen habt, kommt dahinter zum Infopoint. Oder schreibt uns online über die Website www.go-church.de Oder напишet uns auf www.go-church.de Und jetzt habe ich so viel geredet. Jetzt gibt's Essen. Und ich möchte einfach kurzes Essen segnen und den Gottesdienst hier abschließen. Ja, Papa, ich danke dir für diese Zeit. Ich danke dir für alles, was du getan hast. Und vor allem für alles, was daraus entstehen wird. Und ich will jeden Einzelnen segnen auf dem Heimweg einfach. Und ich bitte wirklich, dass deine Engel uns begleiten überall in die Welt, wo wir jetzt wieder rausgehen. Und ich bitte wirklich, dass deine Engel uns begleiten überall in die Welt, wo wir jetzt wieder rausgehen. Wir wollen sehen, dass Erweckung geschieht. Wir wollen sehen, dass Erweckung geschieht. Und ja, du segne auch das Essen und segne den heutigen Tag noch. Du bist gut. Du bist der Herr der Herren und der König aller Könige. Du bist der Herr der Herren und der König aller Könige. Du bist der Herr der Herren und der König aller Könige. Und dafür will ich dir danken. Und ich möchte dich für dich bedanken. Amen. Ich möchte mich für dich bedanken. Schatz Ja, du bist du wittst. Ja? Ja. Ja, du bist wittst. Es ist nicht wittst. Ich schaue. Ich schaue. Heute war ich heute Abend mit dem Baum. Und du war mit dem Baum? Mit dem Baum? Mit dem Baum? Mit dem Baum? Mit dem Baum?